Bälle die Presse. Also, die EM 2016 gewinnt. Hallöchen, herzlich willkommen. Wir sehen hier das Traumfinale der EM 2016. England, scheiße, Belgien gegen Deutschland. Mitten am Start von Deutschland ist heute der Backstrader. Hallöchen. Jawollski, ich würde mal sagen, wir fangen hier mal an. Und gucken mal, wer die EM gewinnen könnte. Also, meine zwei Favoriten stehen hier auf jeden Fall gegeneinander. Ja, Belgien, habe ich immer gesagt. Die das Zeug haben, die EM zu gewinnen. Oh, da ist die Lücke. Und da sieht Alf die Lücke. Belgien natürlich versetzt mit... Oh, der ist ein... Neuer. Hector. Äh, Quatsch, ja. Ja, Hector ist im Tor, stimmt. Den habe ich gerade ins Tor gestellt. Den Lüden. So, pass auf. Weiß ja, meine andere Ecke. Bei Ecken ist der Alf gefährlich. Oh, der kommt zu lang. Der kommt zu lang, 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 der kommt zu lang. Der kommt zu lang. Axel Witsel. Was? Und jetzt kommt der Mülle Express. Das sind vorne reingestellt. Klar, Müllehasse. Oh, Rüde. Ja, da muss man auch mal dazwischen gehen. Würde sagen. Ja, guck doch mal, kannst nicht so reingehen. Ey, komm, ich hab Ball gespielt. Du hast gar nichts. Okay, Alter, war rein. Oh, wie der Typ heißt. Blödsinn. Grote Karte. Die wird auch mit Feingefühl nach sechseinhalb Minuten. Ja. Ja. Schweini. Der kennt er das Stadion. So lächerlich hier. Geht gleich lächerlich los. Ich find's geil. So, Matze. Was sagst du eigentlich zum Fünf? Fünf. Ah, ne. Özil. Er kennt auch das Stadion. Mesut. Bastivant, das ist die. Au, Courtois. So, in der Ecke. Sie dreht die sehr schön hinein mit seinem linken Füßchen Schweinsteiger 1-0 Kann doch nicht angehen, lade ich nicht hoch Der Kapitän El Capitano Das lade ich nicht hoch Das lade ich so, ich nehme auch auf Scheißegal, ich lasse bei mir nicht hoch hier Voll verpfiffen Aber man geht schon wieder los Der hätte niemals Geile Sache Da sieht er die Lücke Nicht Oh, Gott, Rot Komm, hau ihn auch Geld Nein, gib nur Geld hier Also, ohne Spaß Wenn dich vor allem Geld gegeben und das gut Das war auch viel schlimmer hier Nee, du drehst mir den Rücken zu Das macht man doch nicht Oh, den haue ich dir rein, was machst du jetzt? Mach gar nichts Den haue ich dir rein Komm da doch nicht, doch nicht Schade Da nochmal Oh, Marco ist gestartet Guck mal, Marco Reus, da grüße ich einfach mal standardmäßig Nina Gibt's die noch? Gibt's die noch? Keine Ahnung Schreibt ja nie Oh Also dafür hätte ich ganz klar Geld gegeben Das war ein Ball gespielt Voll gegen die Hä? Ja, ja, war ein böses Foul hier Abseits? Ja, ja, ja Marco Reus, siehst du mit der Elf? Das ist doch eine ganz andere Situation Hä? Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Foul hier Götze Uiuiui Uiuiui Uiuiuiui Den habe ich Nö Ja, gegen die deutsche Abwehr mit Hummels und Müller Es ist natürlich jetzt ein gefährliches Spiel hier für mich, ne In Unterzahl Mit Rückstand Gegen Hummels und Neuer Und Ort hängen Mit einem De Bruyne, der jetzt eine Bewertung von 79 hat Das ist der Müller Express, Al Ja, ja 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 Alter, was macht denn der Torwart da? In FIFA wird der da gnadenlos hingehen? Das ist nicht FIFA Das ist nicht FIFA Was ist mein Ding? Spielst du überhaupt mit, oder? Ich muss erstmal den Ausfall verkraften Marco Was? Alter, die Torwart-Dinger hier, ey Die Torwart-Dinger? Ja, in FIFA ist das ganz anders Die kann man auch Torhüter nennen Möp Nein, warum man die nicht, den hätte auch ganz einfach fangen können Oh, Alter im Ernst? Es ist... 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 Es sieht... Es ist... Es ist... Es hat das den... direkt in die Baterem ситуации von inevitable VSPA Sprecher Ragequid? Ne, ich war nur was trinken. Na, wie steht's denn? 6-0? Hast du Tor gemacht? Auf du Schnacken. Spiel doch mal jetzt mit dir. War ich doch grad. Guck mal, so Erneuer spielt bei mir mit. Ey, das ist einfach. Ohoho, hohoho. Ohohohohoho. Ball gespielt war das. Ja, okay, rot. Aber jetzt kann man sich auch eine rote Karte erlauben, ne? Was? Kein Elfmeter? So eine Scheiße, ey. Mach's doch kein Tor. Leck mich am Arsch. Leck ihm am... Ja, 79er Kevin De Bruyne. Wieso war das kein Elfmeter, ey? Lächerlich. Oh Gott, der neuer Meter daneben. Zwei. Doch. Ja, der ist drin. Nicht. Neuer. Ja, ich mach's dir immer einfach. Bist du eigentlich zu doof, oder? Bist du eigentlich auf beiden Augen blind, oder einfach du doof? Guck mal hier, mit Hacke sogar, mit Hacke. Ey, da fehlt uns klar bei mir. Oh! Na ja, ich hatte ja auch eine rote Karte, ne? Ich auch. Ah, jetzt zum Ende, wo es hier schon zählst. Ich kann jetzt immer sagen, ich hatte auch eine rote Karte. Jetzt schieß ich Müller ab. Ach, schießen bei Müller. Sagst du eigentlich heute gar nichts mehr in der Mitte? Nö, ich sag nichts mehr, das ist ja nicht mein Video. Ich lass bei mir nicht hoch. Fertig. Nicht? Ne. Okay, lass bei mir nicht hoch. Ah. Oh! Ah, ist aber auch scheiße, der. Gar nichts. Ach, Zucker! Zucker! Flanke! Nein! Hat er noch? Hat er noch? Hat er nicht? Komm, 7-0 geht noch. Oh! Oh! Ach! Pip, 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 pip. Jetzt kommt doch nochmal, der Alfie. Ne, ich hätte echt mal dritt nehmen müssen, die lagen mir echt besser. Ja, Müller. Oh, das macht er gut. Das macht er. Ach, Mann. 6-0. Ja, halt die Klasse. 6-0. All die Presse. All die Presse. Also, die EM 2016 gewinnt Deutschland. Also nochmal, ich hatte 19 Schüsse. Alf, drei Schüsse. Gibt es da noch was zu sagen, oder? Ach, die rote Karte. Lad doch hoch, wenn du willst. Mir alles scheißegal. Ich lad doch. Also, Alf hat die Begrüßung gemacht und ich mach hier das Ende. Ja. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was du tun willst. Ich mach die Playslachen jetzt aus. Geh raus. Haut rein. Tschüssü. Tschüssü.